so ich muss jetzt trotzdem noch mal rein so ich bin gleich so weit mal gucken wie der zurückfliegt versuch mal herauszufinden wo du das battlepad herkriegst at dawnsilver in marionopel dawnsilver das ist irgendwas mit mit dämmerung da steht es auf all races can buy the battlepad 10 silver warte mal morgenrot ist hier das sollte ja dann machbar sein dann müssen wir uns nur wieder ach warte mal dann laufen wir aber schon wieder scheiße übersetzen dawnsilver bedeutet nicht morgenrot an morgen silber ja schon der sonnenaufgang silber wenn man es genau konkreter übersetzt ja aber das klingt ja doof also da finde ich morgen dämmerungsrot schon akzeptabel oder morgenrot vielleicht nennen die amis das ja auch so dawnsilver ne dann fanden es die koreaner vielleicht einfach nur cool ach die koreaner ja eben ein spruch über koreaner habe ich vorhin schon gelassen heute richtig finden alles cool was kimmy auch cool findet was sagst du hast du den film schon gesehen ne habe ich leider noch nicht ich auch noch nicht sollten wir uns mal zusammensetzen und mal gucken sollten wir uns mal reinsehen ja weil alleine der trailer der ist schon mal verdammt witzig so warte mal wie wärs wenn ich vorher aussteige ja ich könnte ja klingt zumindest wie ein plan da ist ein wohngebiet da ist ein zirkus nein jetzt runtergesprungen äh gefallen ja mein äh dingens hat sich zusammengeklappt wow ich bin gestartet bin an den zeppelin gestoßen und dann abgestürzt schlau trocker also meinst du das ist eine scheißidee dass ich jetzt hier auf den zeppelin warte und dann da hinten abspringe äh nee wenn du wenn du hinten abspringst dann ist das kein Problem weil der zeppelin noch ein stückchen schneller ist als du ja gleich da sein solange kein roter kommt bei welchen mui bist du rausgekommen äh südöstlich von mariannopel das geht noch ja ich seh es ja du sagst das geht noch das ist total auf der verkehrten seite ja sicher ist es auf der verkehrten seite aber es ist es ist zumindest so dass ich ach es hätte schlimmer sein können soll ich auf dir warten die entgegen kommen kittifitz ich reite da kurzes stück ist doch nix komm lass die brücke runter und beeil dich gefälligst ach inwiefern ne ich meinte den den typen an der brücke der soll sich gefälligst beeilen dir die dingens runter zu lassen lassen die zeppeline bei uns auch beide rampen runter ja ok drauf geachtet weil ich seh das gerade und ich finde das sieht ziemlich bitter hemmert aus ja nun man könnte sich die mühe machen das einzeln zu machen oder aber ja ah ah verstehste na los flieg flieg und sieg war so ähnlich äh ja dann nenne ich dich aber jetzt auch sailor moon verdammt und du musst das intro singen das willst du nicht nicht ich kann mich äh ich kann dich muten wobei ne dann bringt's nichts ich kann einfach den kopfhörer absetzen und dann warte ich bis der blaue knubbel aufhört zu leuchten und dann ist gut aber woher willst du sicher sein dass ich dann singe ich hab den soundtrack da das macht ja nix das seh ich dann wenn der copyright id claim kommt ah ok auch noch cheap ja sicher siehste deswegen hätte es sich jetzt nicht gelohnt irgendwie zu warten oder sonstiges weil ich bin ja schon da mhm und du noch nicht so jetzt hoffe ich mal hoppala ach ein aggressiver büffel so dann muss ich mal gucken wo man das ding kaufen kann da steht ein feldhund den will ich ja nicht warte mal ich steig mal ab und buff mich erstmal so so von dem feldhund wollen wir ja nichts was kampf beginnen mit wem oder was hm achso und da bisschen doof wenn es gerade ruckelt wie irgendwo oben berge äh ja so ein bisschen komm lad mal die npcs hier hm müssten sie eigentlich oder sollten sie ja mein theoretisch bin ich auch von weit genug oben gesprungen dass ich jetzt auch nicht mehr nachboosten muss eigentlich hier oh da sehe ich einen questgeber ok da sind wachen das sind ganz stinknormale wachen ja denn ich sehe irgendwann irgendwelche rats unter mir da ist ein questgeber nicht nach oben gucken nein nein das ist superman das ist kein firan das ist eine nui äh lande nicht im dorf das könnte böse enden nicht im dorf da stehen wachen da wo im dorf ich stehe neben der farm ich stehe neben der farm ja hast du ihn gesehen oder ne noch nicht aber also die wache habe ich gesehen ja aber ja viel mehr geht doch nicht mit dawn ich weiß auch nirgends so dann renne ich jetzt mal erstmal zu nui und gucke von da aus es müsste ein gebiet sein wo keine wachen stehen sonst macht das ja keinen sinn ja so wachen kommt mal her äh ne andersrum nui komm mal her so was habt ihr denn da aha weißer wolfshund was da ist ein immortal level 52 ich habe es gerade gesehen der möchte doch bestimmt woanders hin er hält mich hier von hund wuf 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 ach der zieht sich wahrscheinlich gerade selber ein also wenn man auf der anderen seite wenn man es irgendwie um den 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 die wachen rum schafft also so irgendwie östlich an dem ganzen vorbei da ist so eine weide vielleicht über die weide dass man da zu dem typen kommt im grunde müssen wir das ja nur kaufen richtig und alles andere erledigen wir dann irgendwie woanders hoffe ich denke ich hallo hi jetzt warten wir erstmal bis darauf dass der immortal weg ist ne ja 52 wir sind zu zweit aber der hat hundertprozentig seine ganz fix seine kumpel zusammen rufen na richtig na wo steht der denn ja ne ich auch nicht los zieh dein vieh mach dir ein port da sind ja die schalen die brauchen wir naja und ich sehe da auch so einen schwarzen wolfshund rumstehen händler ethan ist aber rot wäre er orange wär mir das lieb aber hm ja aber das kann doch von jeder fraktion gekauft werden vielleicht braucht man den ja ja kaufen kannst du sie ja wenn du an dem vorbeikommst ne gut vorteil ist auch dass der level was hat der 20 25 ich sehe den 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 immortal nicht mehr doch oh der steht noch einer der ist level 37 der wäre kein problem na jo ich hab zeit jo jo eilt ja nicht wir müssen nur hin zu der schale kaufen und wieder weg richtig im ende weg könnten wir dort auch sterben hm spawnen wir bei dieser nu egal weißt du ob wir hier spawnen oder spawnen wir wieder auf der anderen seite weil um die wachen rum ist ja nur absolut kein thema die stehen ja direkt an der straße wir rennen hier einfach durch die pferde ja die pferde sind bla warte mal wer ist denn das da ist der level 52 der hat den la 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 ich hab dich nicht im target ich will nix von dir er hat dich im target warum geh ich gar nicht warte mal das funktioniert nicht ne slash abwesend auch nicht hm warte mal ja und jetzt belagerst du ja du bist toll verschwinde du wichsen entschuldigung was nein ich hab da ne idee ich hab da ne idee was hältst du denn davon wir gehen so ein paar schritte hier nach vorne ja Carsten im portal dann denkt der wir hauen ab wir lassen das nee wir lassen das portal einfach stehen in der hoffnung dass er denkt wir wären weg oder gehen weg weil er hat uns nämlich nicht mehr im ziel ja der sieht aber trotzdem unseren namen hm ich hab mal dafür mal keine steine ja denn du hast mehr als genug naja nicht mehr als genug aber Terris craftet hier wie blöd warte mal ich hab noch ich hab den vorrat schon wieder geschändet 5 hab ich noch bitte da hab ja mehr ich hab 11 ja nun ich hab echt ich hätte viel flieger meilen dafür bekommen sollen der hat auf jeden fall sein was ich jetzt letzte woche gemacht hab haha die machen da grade gildentreffen hab ich so das Gefühl ja weißt du auch warum weil wir hier sind richtig warte mal ja du hast Aha, die Porten Wow, okay Fahren sie weg Alle beide? Auf jeden Fall der Großlevelige Der Steilknecht steht da noch Ach, der Steilknecht wird auch nicht durch das Portal Nein, ich hab nur geguckt Ja komm, ich probier das jetzt Warte, warte, warte Nee, ist am Ende Hoppala Die Wache mag mich nicht Ja, ja, ist ja okay, ich hab's verstanden Ihr mögt mich nicht Ist ja okay Jetzt sag mir wenigstens, dass du durchgekommen bist Ich hab mir das Rennen verknüpft Schisser Nein, weißt du warum? Hm? Ähm Warte mal Da opfer ich schon mein Leben Ähm Wo spawn ich denn? Ach, schon wieder rechts Das ist ja ärgerlich Was zur Hölle, warum wirst du so weit weggejagt? Weil Ähm PvP und so Mysterienland Also dürfen die da wahrscheinlich ein A-Transporn Macht auch, äh, Sinn Warte mal überlegen War das Hexerei mit dem Massenstealth? Keine Ahnung, möglich Müsstest du mal gucken? Ein Gold 2 mittlerweile Meinst du, wir versuchen es einmal mit Stealth durch? Erstmal sprint ich mal wieder zurück Und noch ein Gold rausgeben, bitte danke Ja, ein Gold ist ja nicht die Welt Na komm Sprint Aber die Neuländer rein sind eigentlich ganz nett Finde ich Können wir jetzt nicht meckern Okay, oder? Tatsache Verdammt, ich kriege ich nicht unsichtbar Ja, nu Zur Not lerne ich halt selber mal kurz, Delve Aus du Schattenspiel bis Level 25 war das, glaube ich Äh, das muss ich denn ja leveln, oder? 25 Wenn ich jetzt umskille, fängt's bei 0 an, oder? Nee, bei 10 Ja, okay, das hilft mir auch nicht Okay, da kriegst du nur die ersten 3 Skills mit Da ist Stealth nicht mit frei So, lass mal gucken Da muss doch reingehen Die hier hinten sind orange Sind da Wachen? Jungtier und Feldhund Nee, das Warte mal Wiskas Leider nicht handelbar, sonst hätte ich die einen mit Kipra So, bist du gerade durchgekommen? Ähm, ich hab ja gerade Schattenspiel und dann Stealth und joi, geht ihm Äh, hier vorne Sind die aber alle orange Hallo Leute, ich muss mich zwar böse an, aber war's Das macht ja nichts Hallo, ich muss schon wieder weg Ich hab was ich brauch Guckt nicht so grimmig, ich bin 25 Level über euch Hi So, was machen wir jetzt für Standtaten? So, jetzt renne ich erstmal zu Nui So Ähm Ah Jetzt ist die Frage, brauchen die spezielles Futter? Gib ihm Kampfbegleiter Milchnahrung Okay, die kriegen wir auch bei uns Ja, das ist ein und dasselbe Also aufziehen können wir die bei uns im Villanella Ja, das werd ich auch machen Ich werd den vorher nicht auch machen Ja, natürlich, ich bin doch nicht bescheuert Ich Ah, das krieg ich hin Und den brauch ich wieder So, jetzt mach ich erstmal wieder meine Füllung Ah, was brauch Was könnten wir uns denn noch holen? Warte mal Ja, ein Pferd will ich nicht Wobei Wenn wir schon mal da sind Warte mal, müsste Wer kriegen wir auch vom Mirage Was interessant wäre, wären die Elche Weil, ich muss nämlich ganz ehrlich sagen Von der Farbengebung sind die von Mirage Schöner Du willst ein Elch Es wäre das einzige, was du sonst nicht kriegst Ja, aber die handeln ja nicht mit dir Dann müsstest du mal Püppi fragen, wo die ihren Elch hier hat Ja, ich denke mal, die haben sie da weg Weil anders hab ich noch nirgends welche zu kaufen gesehen Hm Ja, ein Elch Warte Uni ist doch noch da, ne Ja 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 ... ... ... Halten die einfach nix von internationalem Handel. Tja. Ach, jetzt wollen die Packs klauen. So, mal kurz mit der Gilde abklären, was man noch kurz machen könnte. Okay, und was will Pippi da jetzt mit Aussagen? Wir unterhalten uns über Packs, Hältchen, du abgeschlachtet wirst, ich bin ein Bogenschütze. Ach so, ja dann. Hatte mal, dann lassen wir uns mal von denen einladen. In Geowald? Da war ich doch. Ja, also doch. Also wahrscheinlich dann wirklich in Memoria. Nee, 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 nee. Elf Startgebiet, wo du vorhin drüber geflogen bist. Ach so. Ja. Ja, okay. B und nie bald. Da. Beitreten. Bam. Kann ich dich auch einladen? Nee. Nee. Ja, dann holen wir uns das Vieh nächstes Mal. Ja. Ja, wir wissen ja jetzt wie es geht. Richtig. Dann mach ich mal ins Wort. Außerdem haben wir dann auch noch was zum Streamen. Richtig. Hier überfallen die Elfen. Nach Hulkiona in der Nähe von der Brücke. Wo ist denn die komische Brücke? Brücke ist hinten. Das ist die zum... Ach da hinten. Ja, okay, warte. Da muss ich mal gucken. Da müsste ich eigentlich einen Portpunkt haben. Das ist genau die verkehrte Richtung. Äh, wonach wird das sortiert? Nach 2W6 oder was? Hulkiona. Da war ich doch gerade. Da. Nein. Näher, aber noch nicht nah genug. Kann das sein, dass das nach Reihenfolge, wann man das eingesammelt hat, sortiert wird? Ich hab keine Ahnung. Würde auf jeden Fall Sinn machen. Wobei, dann hätte ich aber... Bei mir zum Beispiel. Ich hab ja Falkenplateau, Falkenplateau, Falkenplateau. Dann kommt Arkham Hirus und dann kommt Tiger Krach. Wobei ich aber ganz genau weiß. Am Wilton war ich vor Arkham Hirus. So. Und bam. Und hopp. Und wieder 20 Minuten Ladezeit. Gib ihn allein. Yay. So, dann guck ich mal kurz. Was das Internet so bereithält. Achso, krieg ich nun. Äh, musst du Sasa anhauen oder Moni. Eigentlich hab ich Bescheid gesagt, dass er dich auch einladen soll. Das darf ich doch bestimmt gleich nochmal rendern. Hast du denn Crash Landing retten können? Nein. Aber wir haben neu aufgenommen. Beziehungsweise, ähm. Die verlorenen Folgen kannst du dir auf Quellgons Kanal angucken. Oder du folgst einfach der Playlist. Hi Koopa League. Wir haben gerade Nui Land geplündert. Ja. Ja. So rum. Jetzt darf ich das glatt nochmal sagen. Jetzt darf ich das ja glatt nochmal sagen. Weil mein Aufnahmetool gerade rum gesponnen hat. Ich hoffe noch nicht seit Ewigkeiten. Das wär arschig. Äh, ansonsten Hi Koopa League. Wir haben Nui Land geplündert. Haha. So. Das musste mal gesagt werden. Ja. Oh doch. Total cool. Das war gekauft worden. Das Wolfshimmchen. Ja. Wir mussten es befreien. Ja. Aus der Nui Knechtschaft. Richtig. Und nicht wundern, weil gerade kein Bild da ist. Das kommt gleich wieder. Da ist auch schon der Ladebereich vorbei. Ja. Soviel dazu. Kommt noch halt, Jonas. Wir wollen hier eine Brücke überfallen. Wo sind sie hin? Äh. Höllensum. Ohne Witz hätten wir das vorher sagen können. Daaaah. Hoppala. Captain Caps Lock. Boah. Jetzt kann ich nicht mal tippen. Ja. Wahrscheinlich gehen die jetzt auch noch nach Tiefensand. Wohl. Die haben da. Ja. 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 Achso. 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 Cooper League. Nicht wundern, wenn es ein bisschen laggt heute. Ich muss noch ein Video rendern bis morgen. Und das muss halt... Ja. Das sage ich ja gerade. Hahaha. Das läuft leider im Hintergrund. Das ließ sich leider nicht früher rumbasteln. Das ist diesmal wirklich tatsächlich meine Schuld, dass es so ruckelt. Was... Warte ich. Wahrscheinlich mal überlegen, ob ich da lieber nicht Don't 4z runter mache. Äh.. Hoppala. Nein. Ich will Arkage wieder nehmen. Ja. Ja. klar ach ich reite da einfach ganz ehrlich bin hier durch wenn sie öffnen euch aber wieder lange bereich muss ruckelt gerade massiv ist noch schlimmer als vorher ja aber wenn er mit laden tätig ist kannst du aber sicher sein so schnell bist du mit reiten nicht da unten das hast du aber rennen ist gleich vorbei also dürfte es innerhalb der nächsten zwei minuten besser werden oder 20 minuten je nachdem mach das ja aber diesmal kann ich wenigstens dein internet als verursacher ausgrenzen ach so dann lass uns doch mal wieder den ts-channel wechseln klingt logisch so da sind wir wieder aber wir sind ja schon so radikal Wir wollen gerade Packs klauen. Ja, ja, das habe ich schon alles mitgekriegt. Klappt's nicht. Kommt nichts bei dir, hey? Ähm, wenn ihr noch ein bisschen wartet, bestimmt gleich. So. Wieso? Oh, und muttet euch nicht, wenn Blutfäcker ein paar Schildern ist. Das ist Deko. Wieso? Kommt das mal hier mal rüber? Hm, hm. Nein. Ich sehe nichts. Ähm, ich lese mal vor. Hm? Normales Ingenieuren Ellen. Alex, lass mich raten, du hast nachgeschrieben. Benutze die geschwätzige Vogelscheuche in der Nähe von Ingenieuren Ellen in West-Halkonia. Ja, die musst du hier absetzen, bitte. Kein Wort verstanden. Lass mich raten, du hast den Satz abgeschrieben. Nö, den habe ich, das konnte ich mir gerade noch merken. Guck mal die Tante an. Ich bin zwar alt, aber noch nicht senil. Und jetzt absetzen? Ja. Ja. So schlimm ist dann doch noch nicht. Jawoll. Bitte schön. Doch, es werden Packs geklaut. Cooper, Nick. Kannst dich beschweren, wie du willst. Ja, ich muss nur da beschweren. Ich werde abgehlos im Hölle sumpf, dass es Gepäcks war. Ich glaube, das hat sich um Samstag oben noch umgesprochen. Moni, geben wir einen extra Raum? Ja, mir ist egal. Ach, du brauchst da doch nicht Männchen. So, wo musst du jetzt landen? Mach hier einfach. Naja, das kommt drauf an, ob, ähm, ob hier noch gleich Krieg losbricht oder nicht. Ähm, Mutti hat gesagt, dass jetzt bald von Halki welche rüberkommen mit Packs. Ich hab nichts gesagt. Doch, hast du gesagt? Nee. Ich bin ja euch hinterher. Ja, du hast doch gesagt, dass wir bald Besuch bekommen. Ja, in zwei Stunden haben wir Krieg. Ja, in zwei Stunden lieg ich im Bett. Das ist ja sicher das Arme in der Kiebe. Ja, aber Packs habt ihr ja gesagt. Ist irgendwo unterwegs. Deswegen wollte ich euch hinterherreiten. Ja, ich guck jetzt in Übernacht tiefer Sand. Dann bin ich schon durch. Jetzt ist das Männchen ganz alleine in ihrem Chat. Ja, gut zum Thema. Männchen hat jetzt gemeint, sich dort um uns falsch. Ja, das war am Samstagabend. Also die lustige Aktion. Der Ulas. Der Ulas. Ulas kommt. Er hat auch eine Card gefunden. Ja. Gutes Card. Die Packs von dem Card stehen bei uns auf dem Feld. Hehe. Egal, rote zu merken, habe ich trotzdem gefunden. So, okay. Bitte, Makier. Das ist es. Warte. Gleich. Lass mich raten, Tiefensand. Doch, war viele. Das würde mich nicht wundern. Tiefensand ist ja auch nur Gefahrenstuße 5. Oh. Oh. Überhaupt nicht schlimm. Ich und Gregi Haue. Christ Haue. Du bist doch direkt vor mir. Wo kriegst du denn eine Haue? Ach ne, das ist ja die, ne? Oh, das hat wirklich gut gemacht. Der dürft euch noch entgegen, guck mal Ulas. Weißt du das? Ich bin auch gleich tot. Ne, ich bin tot. Hat der einen Card dabei, oder ist der einfach so unterwegs? Der war so low unterwegs. Passt auf, Adolf der Wulf, Adolf der Wulf ist ganz schlimm mittlerweile. Da ist einer. Autsch. Passt auf, die machen euch wohl einen Hit-Kilfer. Jaja, ich seh das schon. Haben wir verlegt halt eine EP-Konfer. Das ist ja noch zwei. Ein Mount bleibt drin. Ach, zwei gehen die auf einen die Falle ein. Ne, ich schick mal einen Mount weg. Hab ihn auch gemacht. Hab ihn auch gemacht. Vielleicht sollten wir das, äh, geschlossen machen. Können wir machen. Ja, wenn wir da jetzt wieder einzeln angekleckert kommen, dann haben die leichtes Spiel. Ja, dann ist das so sicher wie das Abendmend da oben, äh. Am besten teilen wir uns auf, also wir gehen außen rum oder warten an der Nui. Bis die vorbei sind. Die werden nicht vorbeigehen. Würde schon sagen. Gute. Alle zusammen. Warte mal. Gehe ich nicht von aus. Naja, normalerweise kann ich mich ja in Stealth verpicken. Ich hab ja Stealth bekommen. Ja, das hab ich eben grad schon wieder verlernt. Hehehe. Dump-dump-da. Dump-dump-dump-da. Ja, ich hab das ja auch nur für Stealth da zum Hund holen. Eben nochmal fix gelernt gehabt. Hehehehe. Cooper League freut sich. Dann ist es mir aufgefallen, ach ja. Sind alle orangisch, kommt man auch so hin. Ja, hm. Einmal umsonst umgeskillt. Ja, zwei Gold in... für... ja nix. Warte? Ja, da sind noch paar. Okay. Ich hab zwei. ja auch noch mehr als alle 50 die ja schon länger habe ich leider nicht mitbekommen der steht ja im hülle ist ein Verlager das hat ja dritte diese sagen danke schön sondern die Farben aber ja da kommen so aber von Schildern von der Welt wird es auch von aber auch schon vorbeilauf als er die zwei wieder die auf den ETH und zuerst auf die Schattenklinge ich habe mir so ganz gechillt und ab der Sausgur ist auch im Set wir sind jetzt wo sind andere er vorne alt der ist leicht glücklich was wollte abwägt durch die Köln ich weiß nicht der andere wird uns sein Köln er hat er ob du denkst ich bin allein und er hat er machte er hat alles geflogen und ich habe alles woher die Sonne dort hat er noch ein Ort auf dem Wurf eine Immortezone auf Röder ich habe schafft durchzukommen ich kann einfach mal ganz geschildert die vorbeigelaufen ganz nahe nicht dass er was gemerkt hat okay den Karte habe ich gewohnt und irgendeiner anderen noch der nicht mal 50 war all den nicht der ETHERON das gab es geschrieben das können wir nicht lesen der Unterschied doch bezahlt also lang gestand war geführt nicht einfach außenrum gehen außerhalb von den Wegen da finden wir euch gar nicht ja wir sind mitten in der Stadt da drin ich kenne aber ich versuche es ist nicht rund zu können wirklich nur Leilung was mit dem Kapi los da ist die Schilder gar nicht BPM gerade diesen ETHERON auch da kommt noch einer er ist abwärts ja Glock Aura Wirke die Klasse mach ich nicht Glock mir zuviel aber von mir aus kann ich auch die ablenzen bist du kurz das wird sehr kurz warte mal ja der Typ ist raus der hier drum herum reiten geht da ist was der ist ein Stealth aber der wird zuerst zu viel blocken der hat mich gerade noch mal block gemacht ach so jetzt haben sie es sich an der Nui gemütlich gemacht ja die Mons und uns können auch die vorne ja ich glaube ich nicht oder ich sehe die nicht die müssen uns mal doch dann Geisse Herr Capri kannst du wohnen, den euch auch wohnen ja aber wo ist das andere guter jetzt hast du einfach mal so schnell wie möglich durch zu rennen ja wie dir einfach alles ausgewichen ist ja bei mir hätte er gar nichts gefühlt ah da ist der andere ja ja der Tier ja ich weiß nicht ist gesleebt lol der war gesleebt ist ich ja ist abgebrochen ich hab nichts gemacht ich hab keinen einzigen Autotech gemacht oder irgendwas wirklich nichts gemacht wäre irgendwas geflogen lol oder der hat so einen Schal nee warte mal der der wachen aber man kann ich will jetzt aber nicht ja ich komm mal wie durch ich bin ja ich komm mal wie durch ich bin oh ja ok der holt uns alle ne weint du hast bearten können ja ja ich level das grad denn ich bin schon ganz ein bisschen wie ich bin vielleicht ich bin ich bin mir in den demonslieb könnte ich auch ein bisschen mehr machen aber ne der hat jetzt abwachen reingemacht weil er gemerkt hat dass ich das ist den soooo mal schauen kann ich mir ich weiß nicht mal den zu können er hat mich gesistet zu legen sowas geöffnet Schattenschlag ist es schau mal wie low er ist jetzt jetzt trifft es den Moniton er ist unsichtbar da neben mir irgendwo ja eine Leiche aha was wenn ihr jetzt ein Problem habt dass die an der Mühle stehen könnt ihr euch einfach wegporten das macht die Capri-Sonne allein ja das ist uns schon bewusst Püppi wo ist der Capri-Typ nein die ist grad irgendwie mit dem Sonne-Rash ins Meer das Problem ist los da hinten stehen noch 2 Stück von Haut auf der Wulf oder ist das wahrer das sind jetzt 2 Wochen Wachen die da ankommen die sind auch neutral ja dann geht doch zu denen ja die müssen aber erstmal herkommen ja ja aber wenn sie da sind rennt schnell zu denen hin da könnt sie euch nichts machen wenn sie euch angreifen sind sie automatisch tot ja ja vor allem sind die Wachen so OP das ist ja auch deren Job die machen einen mit zwei Schlägen tot die sind ja auch Level 50 und haben 2 Sterne ihihi er ist drauf reingefallen oh schade schade ist ich dran wieder so ich mach jetzt einfach mal mit den Bündn- mit den Wachen mit ja pariat das war ein Leibbauer der Fall ist also das Kapitel 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 der Fall ist stimmt der Bier auch bis zu viel ja und wenn du dann noch einmal abkommst ich schiebe gerne ein bisschen noch alles so Spassholung ja ja Prozent er ist einfach mehr gewollt haben bei den anderen Ding mit dem Titel Wackelkopf euch vor auch benötigt älter und entweder hat er übertriebene Opel Rüstung nur Parierrat von wenn es prozent oder so aber jetzt sind die zu viert in die hinter dir das nicht gesehen also ich der eine kommt jetzt oben hinterher mit einem ich geh wenn er Lust hat kann er sich ja austoben irgendein silence der mir gar nicht gefällt gucken wo die wo die Wachen hinmarschieren ich hab den ein hier kommt drauf an welche Richtung ach so so rum und dann wieder zurück ok dann lauf ich wieder zurück haha hast gedacht ich werde aha hier steht einer im Stales ja ich bin auch in der Stales kommende ne ich meinte ein NPC also entweder ein anderer Spieler oder es war gerade massiver lag ich glaube eher ein anderer Spieler ja das könnte natürlich auch sein vermute ich mal einfach vermute ich mal einfach weil Orta auf dem Wolf hat ja sehr sehr viele Freunde ne ne ja das äh äh darunter bin sogar ich ich ärgere sie immer he 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 ne dann zurück ist das sobald einer von denen unten am Hafen ein immer ein Steinchen davon betritt ich versuch den zu killen ne naja das sieht so aus und ach so das mal die Koppelsonne füllen und in der anderen Hand der andere ist der Standessen der Stärken ist er mit dem Leben Naja und auch noch zwei Kronen versuchen die Sachse der Schild er hat er rechtlich ist der Rechtlinge einmal in der Kirche in zwei Kronen gesehen bei Kronen gebe ich auch relativ viele Handelspakete ab, also vielleicht könnt ihr am Hafen einfach mit dem Schiff raus warten und dann irgendein Schiff kurz abzocken Problem ist die Wachen ja eh, drum hab ich ja gesagt, bisschen weiter weg davon das stimmt aber wieder ach so, dass wir ein Handelsschiff abfangen ja ja, kann man versuchen aber das ist jetzt das geile auch h h und schnell ist da immer das ist ein Jahr der Kapri-Typ kommt das heißt, ich kann nicht zwei Kronen rein, oder was Guck mal, der hat ein Alexander, der schlert, Faultierkleidern, beide sind alles zusammen Kapri, Kapri wirklich von dahinten komm nicht runter ah, ich bin eh geführt, gut direkt ey, wir waren letztes Mal wo in Halconia Gefahrenstube war, waren wir so gemein da haben wir eiskalten 36er getötet ach, sieh mir ein paar mehr oh, wir haben ihn die ganze Zeit überverfolgt he 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 wachen, Ulus, der weiß es ja, der war jetzt nicht so schlimm ach komm, hier, wieder zurück ach, wollt ihr jetzt hier hin und her laufen, oder was? da ist auf jeden Fall einer, hierfür kann ich dir sagen ich sag schon gerne, aber es stehen drei Schiffe drei Handelsschiffe unten ähm, von Immortals in Halconia unten ja, dann werden die aber auch dementsprechend verteidigt ach, lauter da kannst du von ausgehen die Immortals sind nicht dämlich oh, die wischen oder die feiern so, dann wird das wahrscheinlich ein Handelsrate sein aber wir können ja trotzdem mal gucken, ob er die was er schafft also, bei Deviants kann es ja dann gut sein, dass zufällig rote da sind, die dann die Pakete einfach nur abgeben so laut hektar das sind erst die Gerüstung, Mann ich guck dir die an so, ich gehe gleich in zwei Kronen so, in zwei Kronen naja, wir sind jetzt gleich in Heikyona oh Mann, wir können ja da niemanden angreifen aber dafür, die uns tja, so ist das halt ich geh nicht mal an die Grenze damit ihr wisst, wo ich bin hoppala eh, bleibst du dabei stehen toll na komm schon, Viskas du bist eine Katze, du kannst klettern also, ich bin zu schwer weißt ja, was Sache ist, musst du abspecken na komm na also, geht doch da fliegen wir jetzt rüber ja da fliegen wir jetzt rüber ja alter du mein, meinem Ziel nie was niemals was anziehen lassen hehehehe Cooper League hat inzwischen schon umgesattelt er spielt jetzt Neverwinter der Typ sagt, dass wir den 2v1 hören sollen er spielt jetzt auf der richtigen Seite ja ne, er spielt Neverwinter wetten wir äh 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 für die Frauen würde ich sagen äh die Wohnung das ist so zu tun als ob wir anfangen, wenn der andere da auch noch in den Wissen und da auch wegreiten ok heavy na schade, jetzt kommen sie so, äh ach so, das ist ja eh ja, wir sind ja eh dann los Pferde das und dann noch weg ok aber wir kommen hier nicht weg was wir reiten die Stadt da fahre der Delschüsse schneller aus, ich hätte sie jetzt 30 Uhr verziehen mit dem Delfiner wäre jetzt schon weg und schon auf der andere Seite okay die Pokalen Stammspieler gekauft haben mit wahren Geldkriegenden Delfiner aber na mach, die BM uns lass den mal tun, Yvonne lass den mal einfach ziehen lass den mal einfach ziehen ich bin rein der Betrug einfach nur bum ich hätte viel Dämmensch bekommen das ist das ist, ihr seid Halkoni am Hafen so nein, jeden zwei in der Nähe von Zalkonen tiefensamm so, easy und ich bin da auf der Grenze von Zalkonen der rot wir sind schon wieder die Nämse wir sind schon wieder die Nämse dieses esりht aber ich bin Kopp ist es stimmt egal in zu tun oder sie sich nicht mehr und der Kapri die können unsere Sprache wenn jemand auch nur jen da wird die Bücher dazu eigentlich durchdrucken auch nur die Zeit ja es kommt kann man hier eigentlich schwarz sein kann man hier eigentlich schwarz sein kann man hier eigentlich schwarz sein so immer schwarz oder ja und 50 Stück brauche ich doch dafür so die Dicke Muggels aber man nennt Dicke nicht Dicke das Feld ist komisch schon die ist so nötig so so das hört mir schief bis die Leute von Not so jetzt dürfte es ruckeln aber auch weg sein ja ich bin ein bisschen langsamer so Bogenschütze das geht nicht langsam das geht schnell ja ich war ja noch nicht mal gemein jetzt bin ich gemein wieso bist du gemein da warte mal warte mal warte mal ganz kurz ich habe das Problem was machst du denn bei bei Mienchen das wir wollen an manche vor muss jetzt schon nicht so krass ja okay alle das muss weiter das geht aber gar nicht drüben müssen Klipp hinter uns auf dem Schiff Lerner so und damit unten dass wir das Leben ist worden an ein Bild die Kinder in zu dessen wird gut und die Union ich weiß nicht nur schlaubert ist der voll verteidigung der war wieder da also nein das wird das verteidige 55 und hat wieder drin die will nach zwei Kronen und wo ist denn der gekommen bitte? Alter der kämpft schon den ganzen Tag wo's fehlt ist welcher Ullas? was ist? ich sag wo's fehlt ist war ich ja ich bin grad bei Moni über dir aber da ist ein dezenter Problem schon kaputt ok also wenn sie Hilfe braucht sollen sie Bescheid sagen und können ihr dann helfen Gott hilfst du nicht mehr? den kriegst du glaub ich nicht an ich will ihn nicht krieg ich will mein Schiff retten wenn er so viel Verteidigung hat kann es ihn nicht holen nein der ist nicht nur Verteidigung der ist Hexterei Zauberer und Verteidigung ok aber er hat krasse Rüstung und halt das Redock drin glaub ich ja hat die Relock drinnen? ja das Redock mach mal da runter fliegen ja das werden wir auf jeden Fall machen komm mal gucken ob wir das Schiff retten können oder warte ich komm zu dir das zeigen ich hab das Schiff das ja also ach so alles gut also also aber hier ist hier ist ein komplettes Handelsschiff ein rotes Schiff komm dann komm mal da runter besser das kommt das können wir nicht vertreten ja du kannst die Halle hier kill nur Mutkamera ja das sind nicht so doch das sind zwar viele alles in Deutsch Wohngebiet ja das ist so in der Nähe von der Playboy Mansion glaube ich wenn ich das richtig sehe ja so groß und strukturiert ja hinter uns ist ein Mensch ich will es gern wissen wenn ich das Auto angreif aber ich die Wachner Monaten ja naja wenn kaum noch einer spielt ist klar dass der also ja okay die Wache klingelt um strukturiert irgendwas hinzusetzen warte mal pass mal auf da unten irgendwo ab in die City wa? ja ja klar erstmal in die City und von da aus dann weiter kommen ab in die City oder? ab in die City oder? ich bin schon du München die ist noch nicht over ihr dürfen nicht zu schnell losstürmen weil München will es schon allein aber 1,2,3 auf euremlauchbau geht nicht wir brauchen noch München ähm guckst du nicht ähm warte mal warte 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 eben alles ist mir noch angezeigt kennst du München habe ich schon mal erklärt echt? eine Taukunde oh shit er hat mich gesehen egal wie noch zwei aber ich muss mehr machen guck jetzt guck jetzt guck jetzt auf das Schiff steig ich mehr auf hatte den gesagt muss überfüllt machen und krieg mal mehr Punkte juhu mach ma also Baba haut drauf aber nicht die für München anvisiert nimm du die andere Seite warte ab jetzt hab ich den oh das ist aber ein dicker ja das ist ich bin ein kurzes Stück geflogen ja hat sie mir steh ich da am Buss he 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 i schau mich um haupt doch doch mal nebenbei am Buss da di a Usch ge krochen minister D приехand Das weiß ich nicht. Kann sein. Wenn sie jetzt da... Das ist ja Autotext. Ähm, ich krieg grad eh nie auf die Fresse, wenn ihr das merkt. Ja, hier da hinter mir. Guck grad, ob ich jute. Ja, ich kann jute. Ich krieg eh nie auf die Fresse. Das interessiert mich ja nicht, die kann jute. Ich helf dir, warte, warte, ich krieg den... Oh, der Papa macht das schön, Mienchen. Ach, da. Ja, ne, da bin ich gerade nicht in der Nähe. Taka, taka, taka! Is das so? Ihr töntet rot oder wat hier, ohne mein Spaß. Ja, komm, dann hör mal auf. Ich wollte euch schon hochheiler, aber... Ja, dann hör mal doch auf, mit dem noch ein andermal. Nein, wir... Gild ist wichtiger. Ja, du bist aber Teil der Gilder nicht. Taka, tschaka! Dich krieg ich dir Dreck wie... Und wenn ich in die Sachen so auskomme, dann lass mich in Ruhe, dann lass mich eine Ruhe. Ja, lass mich in Ruhe, weil... Ja, lass gehen wir abschmerzen. mehr was ist er sagt wo wir dann halt am anstarten ihr könnt ihr könnt wenn wir haben in den vier ja ich krieg das mit hier kann ich nicht das wird ab und steht haben schon kann ich schon ein bisschen oder ach die kräfte es wird keine Ahnung ich mache noch ein bisschen weiter ist etwas und ich bin gar nicht range aber geht es geht abläuft sie macht nur noch Kitsche und so dieser Tod nur ja wir gehen ja gleich eben auch mit die Kugel und die Kugel schreck Ullas okay jetzt wird es so wie doch ich habe auch nicht viel an der Stimme an Moni Aber den einen noch zum Abschluss, ja? Zum Frieden. Damit Sie sehen, dass München was kann. Ja, ich weiß, dass du das kannst, Mäuschen. Ich kann dir auch alle herziehen und du kannst ja dumm dumm machen. Level 55 ist ja Level 55. Ja. Oh, hallo. Oh ja, tschakka. Bum, bum. Jetzt hast du deine nächste Mal als München. Gibt es dann... Nee, es ist nicht nix. Dann habe ich den Blick gerade wieder. Ich habe die Schweizer da. Richtig. So, kannst du das rausholen? Na, du bist immer wieder so. Naja, auf die kannst du draufprügeln, bis du schwarz bist, das bringt nix. Oh, okay, jetzt bin ich weit oben auf den Berg noch. So, warte, ich markiere? Folk, ich habe gar nicht mehr. Oh. Weil die habe ich keinen Debschein. Die sieht bloß H unter Drück zu haben. Ja, so abgeben wir das bei Ihnen. Ja, jetzt, ich könnte sagen, wir gehen mal Nuna zu Ulas und so, hä? Ja, machen wir. Warte mal. Geben wir das nächste Mal ab, die Quest. Nein, die geben wir jetzt erst ab und dann muss einmal reiten sie erst weg. Okay. So, wo muss ich sie abgeben, München? Äh, Moment. Ich muss die erst mal gucken im Questbuch. Aber reitest mal hier raus, damit dir nix mehr passiert, gell? Ah, ich geb mich jetzt in Sicherheit. Aus dem hab ich dich dabei. Extrafortschritt, ne, ist das dann gewesen? Sehr schön. Der Flangschuppen. Quest abgeschlossen. Sprich mit Transportseite der Osmotriste. Wir sind in 51er-Uranien, an denen wir uns rächen können. Osmotriste, das ist hier. Wir sind unten, ähm... Wir sind im Tiefensun. Oder am Strand, was er gesagt hat. Ja. Geh mal drauf, schlafen die Roden. Und ich verstopfen und man packt. Langsam stöte, geh jetzt, Roden. Obwohl man es mir nicht anmacht. Habt ihr wenigstens auch Handelspakete? Jungs, Mädels? Hau drauf. Ja, wir leben in 37 hier, ich glaub den. Na? Jetzt mal ohne Witz, die war doch bescheuert, oder? Danke, Jan, auch noch, gell? Da ist Fragezeichen. Achso, ihr habt ja oben am Strand stehen. Mit dich. Ja, dann komm ich doch mal wieder zurück. Noch ein Stück? Wozu wird das okay jetzt? Angenommen hab ich auch. Jetzt kann's losgehen. Nee, geht nicht, du hast was auf dem Rücken. Oh, scheiße. Ja, ich geh mal schnell, Wunder. Wunder muss ich das bringen? Pass auf, Order von Woll, 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 Woll. War keine Absicht. Ach, doch nix, besonders, das Ding, ne? Das Papier ist, da kommt ein Roter. Bin nur einer, oder? Da hab ich ja Order von Woll, 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 Woll. Ja, hin. Achso, warte. Ich hab den Markierer nicht dabei gehabt. Ich hab mich gerade jetzt kackt, Arke, Job. Ja, tut es. Geh mal ganz kurz auf den TS, weil ich hier neu machen. Okay. Eines und zwei. Oh, okay. Äh, wer macht was jetzt neu? Oh. Haut mir jetzt Mienchen ab, oder wat? Ja. Ja, die paar haben wir jetzt. Eigentlich könnten wir jetzt sogar noch in der Zone hier Krieg machen, oder? Ja, könnten wir anzetteln. Können wir anzetteln. Dann bin ich wieder. Die werden ja sicherlich gleich wiederkommen. Achso, die hat sich jetzt aus dem Spiel geschmissen. Nein, nein, TS. TS, hab ich gesagt. Markiert hab ich extra vorher. Ja, aber ich dachte... Damit ich nicht aufhalte. Entschuldigung. Schreck. Nein, dann sag ich mich schmeißt's. Oder Karte schließt. Wie kommen wir jetzt denn über dann? Wie, denn über. Jo, Turo, Frage. Jo, grüß dich. Grüß dir. Ähm, wie lange ging das Angebot von The Secret World? Bis 31.03. Okay. Saminchen, absteige. Ja. Also ihr solltet euch da zügig entscheiden. Jo. Wo ist da hoch? Wahrscheinlich nicht, aber die... Die... Das Ding da hoch. Okay. Wo ist da ein? Wo ist da ein? Ja, das hab ich mir auch geholt. Ich war da nie. Oh, da muss er noch. Oh, da muss er noch. Oh, da muss er noch. Oh, da. Oh, da. Oh, da. Oh, da. Oh, da. Jackie, du hoch. Jackie, du krachst hier eine Scheiße, weil es nicht dein Mikrofon ist. Habt ihr den Ehekrach jetzt geklärt? Nein. Richtig. Ich glaub, die kommen nicht mehr. Äh, Ula, es ist kein mehr Queen, wo du schnell mehr zum Porte oder Blueglas. Ähm... Schöne Frage. Bist du dir in den ASEN oder was? Ja. Mal gucken, ob da noch irgendwer rumgeistert. Vielleicht kommt ja ein Schiff, was noch nicht ganz dran ist, das können wir dann mit der Pune, sag ich mal, ein bisschen festhalten. Und dann kriegen wir auch mal was draus. Hab die Entgötzung genommen. Ach, da drüben. Da drüben steht irgendeins. Kann sich anfokussen. Kann die Russe was machen, Körbekleide? Wer macht denn das so gerade, gerade der Tastatur kaputt? Ich. Warum machst du denn sowas? Ach, das ist eine von der Mitzi, die diese ausrangiert hat. Ach so, sonst noch gegen wir vielleicht ein Delfin, weil der hat so ein Schiff, suche es euch mal dabei. Ach, Mensch, ich habe keinen Delfin. Sag ich doch. Ich kann nur einen Essener-Kotter beschweren, der hat auch so einen Radar drauf. Was denn jetzt? Ja, du hast die angenommen. Ich war doch graf. Du hast die angenommen, weiter. Ich habe kein Päckchen drauf, ich habe extra die Abkürzung genommen, damit ich dann schnell bei dir bin. Ja, doch, du machst jetzt den Port auf. Okay. Oh, super, Kracker. Was denn? Du musst die Stromrechnung ja nicht sein, ne? Richtig. Wenn wir sie schon nicht töten können, dann machen wir denen wenigstens die Wirtschaft kaputt. Oder nicht. Kann ja nur ein bisschen dauern. Dass ich mich hinter einem hier herstelle. Ja, ich weiß nicht, was du Papa vorhat. Ich suche gerade Port. Hübschen bald auf den Buckel, ey. Also, Golden, Zwebel, Apo oder Green Wolf? Oder Blue Glass? Die drei habe ich zur Auswahl. Ja, einen Hafer habe ich da. Ich habe den nicht. Wo ist denn der? Außerdem habe ich Hello Kitty auf den Scheinwerfer gemalt. Ich habe nur Green Wolf, Blue Glass oder Golden Webel. Aber Golden hört sich eh ganz gut an, der das der Goldmeerhafen ist. Hallo Mutter, dann mach du den Golden in den Buckel. Ja, ich habe es doch geahnt. Ich könnte doch auch schauen, wo der Port hingeht. Da ist rechts daneben immer die kleine Karte. Ne, ich weiß nicht. Entweder oder. Kleine Mutter. München. Psst. Hier. So, ein Stück. P-Rat. P-Rat. Sind wir denn da? Ich bin kein Pirat, München. Nein, ich habe das Pirat-Tiff. Achso. Komm, jetzt gleich. Da steht ein Schiff unten am Haufen. Ich weiß nicht, da ist noch nichts da. Das ist aber kein echtes. Oh, wir sind gut raus, Junge. Ich bin gut. So, Schnucke, da hat die Treppe hoch. Na komm. So. Ja? Komplett hoch. Oh, da waren wir doch schwir, oder? Oh, hier tut es total Ausrufzeichen hageln. Ne, ja klar. Aber nicht an jemand. Haha. Geht nicht, da geht das Licht an. Jetzt. Da ist ein Flugschiff. Mutter, das war ein Fehler, Eva. Wieso? Hier ist Friedenszone. Wie komme ich denn jetzt eigentlich da raus? Oh, die Treppe wieder runter. Hä? Hier passiert was. Die Treppe wieder runter. Was hast du da? Darf ich die mal gucken? Schups, ich auch nicht weg. Schups. Schups. Schups, schups ihn. Hey, hier ist heute Jackie da. Schups ihn jetzt. Hallo, Jackie. Männchen, wir müssen wieder da raus. Ich habe jetzt ins Wasser gepuppelt. Grüß dich, Jackie. Grüße da. Ähm, die Leider-Mäuschen. Ja, hab ich doch. Ich habe doch öfft gedrückt. Aber wo müssen wir jetzt noch... ...wieder zurück, oder wat? Ah ja, du musst die Treppe wieder runter. Ja. Wieso sind wir sie da nuss? Wann, du glaubst du? Achso, hier ist nicht genug Platz. Ich liebe meinen Mann. Äh, Moment. Hallo? Das ist meistens eine gute Voraussetzung. Wieso, dass man ganz still ist? Da hat uns eben einer umgerannt. Das war Ulas. Da fährt ja ganz viel Ausrufezeichen, wo mehr sind. Ja, die Schmuckart hat die Finger weg. Ja, ja, mach ich ja gar nichts. Warum sind das wieder so Kriegsspiele? Das ist jetzt mein Schiff. Das ist bestimmt eine Gegend, wo ich noch nicht war, ne? Ja, das ist so. Und eine Frage, wo tut ihr hier jetzt rote moppeln? Vielleicht. Äh, wo tut ihr hier rote moppeln? Gute Nacht, Jackie. Gute Nacht, Jackie. Hey, du warst ja gar nicht kaum da. Tut ihr jetzt rote moppeln? Wir werden denn rote da wären, es sind nur keine roten da. Oh, Mädchen. Soll ich euch mit meiner roten Ärgern kommen? Schatzi, werdet ihr Mienchen irgendwo auffische, weil ich bin aus dem Spiel rausgezegelt? Musst ihr erstmal filmen? Bin jetzt auch erstmal weg. Jo, bist du denn? Jo, bist du. Jo, bist du denn? Wo ist er denn? Da ist er. Hab keine Ahnung, ich seh nur Braun. Ich bin aus dem Spiel, 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 ich bin aus dem Spiel. Ah, macht doch nichts. Aber du bist ja gar nicht. Warte, warte, bleib einfach stehen, Gott. Obwohl, es ist die rote moppeln, sagst, hau die rote und dann ist keiner dort. Also, es ist aber ne Frechwacht. Ja, ist auch kein roter da. Deswegen mach ich jetzt auch Feierabend. Ja, das ist so, ich sitze vor allem mit der Pex vor. Also, okay. Okay, dann noch einmal Spot an für den Feierabend. Richtig. Yay. Feierabend. Deswegen, vielen Dank fürs Zugucken. Feierabend. Bis nächstes Mal. Tschö. Nachtig. Tschö. Nachtig. Tschö. Tschö. Tschö.